Hallöchen Freunde und willkommen zum kurzen Info-Update-Video. Heute leider keine Videos, denn ich habe mal wieder kein Internet, woran es liegt. Ich habe keine Ahnung, aber hier kann ich momentan ehrlich gesagt nichts dran ändern. Ich hoffe, dass es morgen wieder geht, dann geht es ganz normal weiter. Morgen kommt dann abends auch mal wieder eine Folge RoboCraft und wie immer Simple Planes und vielleicht sogar noch was Neues, aber mal schauen. Und wie gesagt, kein Internet, heute keine Videos, hoffentlich morgen wieder. Sorry, aber kann nichts dafür. Bis denn.